Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video im Immobiliarsachenrecht. Nachdem Sie in den vergangenen Videos und Vorlesungen bereits die Hypothek kennengelernt haben, setzen wir heute noch einen drauf und beschäftigen uns mit Einwendungen und Einreden des Grundstückseigentümers gegen den Anspruch aus § 1147 BGB. § 1147 BGB legt fest, dass die Verwertung der Hypothek im Wege der Zwangsvollstreckung erfolgt und ist nach herrschender Meinung ein Anspruch gegen den Grundstückseigentümer auf Duldung der Zwangsvollstreckung. Den Anspruch aus § 1147 BGB werden Sie in der Vorlesung im Detail besprechen. Sie prüfen den Anspruch in dem Ihnen bekannten Schema Anspruch entstanden, Anspruch nicht erloschen, Anspruch durchsetzbar. Bevor wir in unser eigentliches Thema einsteigen, zunächst eine gute Portion Grundlagen. Aber halt, Sie können Ihr Handy gleich wieder weglegen, denn die Grundlagen sind äußerst klausurrelevant. Also erst einmal allgemein. Die Begriffe Einwendung und Einrede können mitunter Verwirrung stiften und tun das oft noch bis weit in die Examsvorbereitung hinein. Dabei ist es gar nicht so kompliziert, wenn man es sich einmal veranschaulicht hat. Es gibt die Einrede im Sinne des Prozessrechts. Das ist ein Oberbegriff. Diese Einreden im Prozess, des voalen Sinne sind materiell rechtliche Einwendungen. Für das erste Examen sollten Sie diese prozessrechtliche Ebene am besten erstmal vergessen. Materiell rechtliche Einwendungen kann man in Einwendungen im engeren Sinne und Einreden unterteilen. Einwendungen im engeren Sinne sind Einwendungen, die den Bestand oder den Fortbestand des Rechtes betreffen. Auch Einwendungen im engeren Sinne zerfallen in zwei Gruppen. Das sind einerseits rechtshindernde Einwendungen, die die Entstehung des Rechts betreffen und andererseits rechtsvernichtende Einwendungen, die das Recht ganz oder teilweise erlöschen lassen. Einwendungen im engeren Sinne werden von Amts wegen berücksichtigt. Diese müssen also nicht erhoben werden. Es reicht, wenn sie aus dem Sachverhalt hervorgehen. Materiell rechtliche Einreden wirken sich im Gegensatz dazu nicht auf die Existenz eines Rechts aus, sondern hindern nur die Durchsetzbarkeit des Rechts und wirken deshalb rechtshemmend. Einreden müssen von den Parteien erhoben werden. Es reicht für Einreden nicht aus, dass sie bloß aus dem Sachverhalt hervorgehen. Wo prüfen Sie die Einwendungen und Einreden? Im Dreiklang Anspruch entstanden, Anspruch nicht erloschen, Anspruch durchsetzbar, prüfen Sie die rechtshindernden Einwendungen unter Anspruch entstanden. Ist eine dingliche Einigung extrunknichtig, so ist die Hypothek nicht entstanden und somit auch der Anspruch des § 1147 BGB nicht entstanden. Die rechtsvernichtenden Einwendungen prüfen Sie unter Anspruch nicht erloschen und die materiell rechtlichen Einreden prüfen Sie nach der Fälligkeit unter Anspruch durchsetzbar. So, nachdem wir das klar haben, klären wir noch kurz, wie wir die einzelnen Bezeichnungen im Video verwenden. Wenn ich Einwendungen sage, meine ich Einwendungen im engeren Sinne und da auch nur die rechtsvernichtenden Einwendungen. Warum nur die rechtsvernichtenden Einwendungen und nicht die rechtshindernden Einwendungen? Weil rechtshindernde Einwendungen Ihnen viel zu langweilig wären. Besteht die im Grundbuch eingetragene Hypothek nicht, weil sie in Wahrheit nicht entstanden ist oder in Wahrheit nicht übergegangen ist, dann sind Sie im gutgläubigen Erwerb der Hypothek. Entsteht die Forderung aufgrund von rechtshindernden Einwendungen nicht, dann können Sie die im Grundbuch eingetragene Hypothek nicht die Forderung, nur die Hypothek, zwar nicht erst erwerben, aber dennoch gutgläubig zweiterwerben. Das kennen Sie alles bereits aus unseren vorherigen Videos und entlockt Ihnen nicht einmal ein müdes Lächeln. Also beschäftigen wir uns in diesem Video nur mit den rechtsvernichtenden Einwendungen. Den Begriff Einrede nutze ich in diesem Video synonym zu Einreden im Sinne des materiellen Rechts, meine also die rechtshemmenden Einreden. Damit Sie dem Video gut folgen können, möchte ich noch einmal kurz vorstellen, wer heute alles ein Auftritt hat. Für die Hypothek treten auf der Hypothekengläubiger in seinen Paraderollen als Erst- und Zweiterwerber. Er wird begleitet vom Hypothekenschuldner, den wir der Einfachheit halber Grundstückseigentümer nennen. Sie erinnern sich, die Hypothek ist ein accessorisches Recht, sodass auch die Forderung mit geeigneten Charakterdarstellern besetzt werden möchte. Wir arbeiten an dieser Stelle mit dem Forderungsgläubiger und dem Forderungsschuldner. Eben, weil die Hypothek ein accessorisches Recht ist, wird der Forderungsgläubiger regelmäßig zugleich der Hypothekengläubiger sein. Der Forderungsschuldner kann, muss aber nicht zugleich Grundstückseigentümer des mit der Hypothek belasteten Grundstücks sein. Trotz dieser etwaigen Doppelbesetzung sollten Sie sich gewahr sein, dass es sich um unterschiedliche Rechtsverhältnisse handelt. Nun machen wir auch gleich weiter. Einwendungen und Einreden können sowohl hinsichtlich der Forderung als auch hinsichtlich der Hypothek bestehen. Doch bevor wir uns in unserem eigentlichen Thema Einwendungen und Einreden gegen die Hypothek vertiefen, wiederholen wir im Überblick, wie die Einwendungen und Einreden gegen die Forderung funktionieren. Ein Beispiel für Einwendungen hinsichtlich der Forderung wäre, dass die Forderung bereits getilgt wurde und somit nach § 362 BGB erloschen ist. Ein Beispiel für eine Einrede hinsichtlich der Forderung wäre, dass die Forderung verjährt ist und daher der Anspruch nicht mehr durchsetzbar ist. Wird die Forderung übertragen, findet ein Gläubigerwechsel statt. Dieser Wechsel soll nicht zu Lasten des Schuldners gehen. Lesen Sie deswegen bitte die Norm 404, 406 und 407 BGB und pausieren Sie das Video und überlegen Sie sich, wie diese Norm den Schuldner schützen. Haben Sie die Norm gelesen? Beginnen wir mit § 404 BGB. § 404 BGB schützt den Schuldner, indem er ihm ermöglicht, die Einwendungen auch dem neuen Gläubiger entgegenzuhalten. Mit Einwendungen meint § 404 BGB die materiell-rechtlichen Einwendungen, also die Einwendungen im engeren Sinne und die Einreden. Hat der Schuldner die Aufrechnung erklärt, so ist die Forderung in Höhe der Aufrechnung erloschen, was als Einwendung dank § 404 BGB auch dem neuen Gläubiger entgegengehalten werden kann. Daneben gibt es noch weitere Vorschriften zum Schutz des Schuldners, die wir kurz ansprechen wollen, um ganz am Ende des Videos Unterschiede zur Hypothek aufzuzeigen. Hätte der Schuldner aufgrund einer Aufrechnungslage mit dem Altgläubiger aufrechnen können, es aber leider versäumt aufzurechnen, hilft § 406 BGB. § 406 BGB ermöglicht bei vorliegenden Tatbestandsvoraussetzungen, dass der Schuldner auch nach Kenntnis der Abtretung gegenüber dem Zessionar aufrechnen kann. Nun ist aber auch denkbar, dass der Schuldner unter Umständen gar nicht mitbekommt, dass die Forderung abgetreten wurde und er deshalb einen neuen Gläubiger hat. In Unkenntnis zahlt der Schuldner nun an den Zedenten. In einer solchen Situation hilft § 407 BGB. Bei vorliegender Tatbestandsvoraussetzungen des § 407 BGB muss der Zessionar Leistungen und Rechtsgeschäfte des Schuldners mit dem Zedenten in Ansehung der Forderung auch nach Abtretung gegen sich gelten lassen. Der Zessionar muss also damit leben, dass seine Forderung dank der Leistungshandlung des unwissenden Schuldners an den Zedenten erloschen ist. Also am besten die Unwissenheit des Schuldners vermeiden und ihm den Forderungsübergang mitteilen. Noch eine kleine Eselsbrücke, wenn Sie mit den Begriffen Zedent und Zessionar durcheinander kommen. Bei einer Forderungsabtretung ist der Zedent der ursprüngliche Gläubiger und der Zessionar der neue Gläubiger. Man könnte sagen, der Zedent ist unglücklich, dass er seine Forderung abgetreten hat, während der Zessionar glücklich ist, dass er die Forderung erhalten hat. Prägnant formuliert, der Zedent flendt, der Zessionar schreit Hurra. Das alles kennen Sie schon, das beeindruckt Sie nicht. Brechen wir also mal wieder auf zu neuen Ufern. Wir betrachten nun, wie das Ganze mit Einwendung und Einreden gegen die Hypothek funktioniert. Ich betone es nochmal, es geht nun um die Einwendung und Einreden im Rechtsverhältnis der Hypothek, nicht im Rechtsverhältnis der Forderung. Was nun folgt, kann auf den ersten Blick etwas komplex wirken. Es ist aber wie so oft, wenn Sie einmal die Systematik durchdrungen haben, müssen Sie auch davor keine Sorge mehr haben. Also, was gilt es auseinanderzuhalten? Erstens müssen Sie selbstverständlich Einwendung und Einreden unterscheiden. Zweitens müssen Sie die Quelle der Einwendung und Einreden im Blick haben. Einwendungen und Einreden, die sich der Hypothekengläubiger entgegenhalten muss, können aus dem Rechtsverhältnis der Hypothek rühren. Ich werde diese hypothekenbezogene Einwendung und Einreden nennen. Darüber hinaus gestattet der Gesetzgeber auch, dass Einwendungen und Einreden aus der Forderung im Rechtsverhältnis der Hypothek vom Grundstückseigentümer genutzt werden. Diese werde ich forderungsbezogene Einwendung und Einreden nennen. Und drittens, Sie ahnen es bereits, müssen Sie Erst- und Zweiterwerber auseinanderhalten. Wie werden wir uns nun diesen Fragen nähern? Ganz einfach. Zunächst werden wir uns die hypothekenbezogenen Einwendungen und Einreden anschauen und erst danach die forderungsbezogenen Einwendungen und Einreden. Jeweils werden wir dann zwischen Erst- und Zweiterwerb differenzieren. Nach dieser viel zu langen, aber leider doch notwendigen Vorrede beginnen wir nun aber endlich und zwar mit den hypothekenbezogenen Einwendungen und Einreden. Betrachten wir dabei zunächst, wie es gegen den Ersterwerber mit den Einwendungen aussieht. Hier ergeben sich keine Besonderheiten. Das heißt im Prüfungsaufbau des § 1147 BGB, dass Sie rechtsvernichtende Einwendungen bei Anspruch nicht erloschen prüfen. Wie ist es nun mit dem Ersterwerber und den hypothekenbezogenen Einreden? Solche hypothekenbezogenen Einreden können sich aus der Sicherungsvereinbarung der Hypotheker geben. Auch hier treten erfreulicherweise keine Besonderheiten zutage. Solche hypothekenbezogenen Einreden prüfen Sie einfach unter Anspruch durchsetzbar. Zweimal keine Besonderheiten, weder für die hypothekenbezogenen Einwendungen noch für die hypothekenbezogenen Einreden gegen den Ersterwerber. Schlafen Sie nun bitte nicht gleich vor Langeweile ein. Es wird gleich etwas spannender. Jetzt geht es nämlich um die hypothekenbezogenen Einwendungen und Einreden gegen den Zweiterwerber. Wieder beginnen wir mit den hypothekenbezogenen Einwendungen gegen den Zweiterwerber. Grundsätzlich werden hypothekenbezogene Einwendungen gegen den Zweiterwerber genauso berücksichtigt wie gegen den Ersterwerber. Doch kein Grundsatz ohne Ausnahme. Was könnte beim Zweiterwerber hinsichtlich der hypothekenbezogenen Einwendung anders sein, wenn die im Grundbuch vermerkte Hypothek ohne die rechtsvernichtenden Einwendungen eingetragen ist? Bitte pausieren Sie für diese Überlegung das Video und setzen Sie es danach fort. Sind Sie soweit? Sicher konnten Sie die Spannung kaum noch aushalten. Denn was kann passieren, wenn das Grundbuch von der Wirklichkeit abweicht? Der Gutglaubenserwerb schlägt zu. Unter Umständen hat der Zweiterwerber diese rechtsvernichtenden Einwendungen gutgläubig durch § 892 BGB überwunden, die Hypothek also gutgläubig in ihrer ganzen im Grundbuch stehenden Pracht erworben. Was lernen wir daraus? Schreiben Sie sich alles, was eintragungsfähig ist und was Sie nicht verlieren möchten, in das Grundbuch oder bei der Briefhypothek auf den Hypothekenbrief, sonst sieht es mitunter düster für Sie aus. Mit den Regeln zum gutgläubigen Erwerb steht der Grundstückseigentümer blöd da. Aber was tut man nicht alles für die Verkehrsfähigkeit so einer Hypothek? Zudem hätte der schusselige Grundstückseigentümer ja auch das Grundbuch mithilfe von § 894 BGB berichtigen lassen können. § 894 BGB haben Sie bereits kennengelernt und sollte Ihr Mittel der Wahl sein, um das Grundbuch zu berichtigen. Kommen wir nun noch kurz zu den hypothekenbezogenen Einreden, die der Grundstückseigentümer dem Hypothekengläubiger entgegenhalten kann. Solche hypothekenbezogenen Einreden resultieren in der Regel aus dem Sicherungsvertrag zwischen den Parteien. Pausieren Sie bitte das Video und lesen Sie § 1157 BGB. Was fällt Ihnen im Vergleich zu § 404 BGB auf, der diese Fragestellung für die Forderung regelt, hier also nicht einschlägig ist? Ihnen sollten zwei Dinge aufgefallen sein. Zum einen beschränkt § 1157 BGB die Einrede, die dem neuen Hypothekengläubiger entgegengehalten werden kann, auf eine Einrede, die dem Grundstückseigentümer zusteht. Was heißt nun das wieder? Zusteht stellt klar, dass die Einrede zum Zeitpunkt der Abtretung bestanden haben musste. Vergleichen Sie das mit § 404 BGB, wovon begründet waren die Rede ist. Begründet ist eine Einrede. Sie erinnern sich, § 404 nutzt Einwendungen als materiell-rechtliche Einwendungen. Also begründet ist eine Einrede, wenn sie bereits ihren Rechtsgrund im Schuldverhältnis hat, aus dem die abgetretene Forderung stammt. § 1157 BGB ist für die Hypothek also enger als § 404 BGB für die Forderung. Darüber hinaus besteht in § 1157 Satz 2 BGB die Möglichkeit, dass die Einrede gutgläubig weggeworben wird. Die hierfür anwendbaren § 892, 894 bis 899 BGB sowie die Verlängerung des Rechtsscheinträgers bei der Briefhypothek auf den Hypothekenbrief nach § 1140 BGB haben Sie bereits kennengelernt. Wer rastet, der rostet und so machen wir auch gleich weiter. Kommen wir nun zu den Einwendungen und Einreden des Grundstückseigentümers gegen den Hypothekengläubiger aus der Forderung. Sie haben richtig gehört. Einwendungen und Einreden, die der Grundstückseigentümer aus der Forderung in Stellung bringen kann. Moment, werden Sie sagen, Hypothek und Forderung sind doch zwei verschiedene Rechtsverhältnisse. Stimmt, hier werden die Grenzen der Rechtsverhältnisse überschritten. Der Grund dafür ist die Accessorität zwischen Forderung und Hypothek. Wie funktioniert das nun mit den forderungsbezogenen Einwendungen und Einreden? Wie immer unterscheiden wir Erst- und Zweiterwerber. Beginnen wir mit den forderungsbezogenen Einwendungen gegen den Ersterwerber der Hypothek. Lesen Sie nun bitte § 1163 und 1177 BGB und überlegen Sie sich, was passiert, wenn die Forderung zum Beispiel durch Tilgungszahlungen erlischt und warum es diese Rechtsfolge gibt. Ihre Antwort sollte lauten, es entsteht eine Eigentümergrundschuld. Warum gibt es diese Rechtsfolge? Ganz einfach. Gläubiger in einem niedrigeren Rang sollen nicht davon profitieren, dass eine Hypothek getilgt wurde. Durch die Verwandlung einer Hypothek in eine Eigentümergrundschuld wird der Rang der ehemaligen Hypothek im Grundbuch gewahrt und steht nun dem Eigentümer zu. Gläubiger niedrigerer Ränge im Grundbuch müssen dort verharren und werden nicht automatisch in einen besseren Rang aufgewertet. Machen wir nun mit den forderungsbezogenen Einreden gegen den Ersterwerber der Hypothek weiter. Lesen Sie dazu bitte § 1137 BGB. Sie haben nun in Absatz 1 gelesen, dass der Grundstückseigentümer die dem persönlichen Schuldner gegen die Forderung sowie die nach § 770 BGB einem Bürgen zustehenden Einreden gelten machen kann. Was heißt das? Ist der Grundstückseigentümer Personen identisch, mit dem Forderungsschuldner kann er dank § 1137 BGB die Einreden aus der Forderung gegen die Hypothek in Stellung bringen. Ist der Grundstückseigentümer Personen verschieden zum Forderungsschuldner, kann er dank § 1137 die Einreden aus diesem für ihn fremden Rechtsverhältnis gegen die Hypothek erheben und die nach § 770 BGB einem Bürgen zustehenden Einreden gelten machen. Letzteres ist eine großartige Gelegenheit, § 770 BGB und das Bestehen einer Anfechtungslage in einer Klausur abzuprüfen. Schließlich spricht § 1137 BGB von zustehenden Einreden. Die forderungsbezogene Einrede muss also zum Zeitpunkt der Abtretung bestanden haben, sonst kann sie vom Grundstückseigentümer nicht gelten gemacht werden. Absatz 2 schützt den Grundstückseigentümer bei Personenverschiedenheit zum Forderungsschuldner, da der Grundstückseigentümer die forderungsbezogenen Einreden nicht verliert, nur weil der Forderungsschuldner aus welchen Gründen auch immer auf sie verzichtet hat. Nach diesen großartigen Neuigkeiten weiter zu forderungsbezogenen Einwendungen und Einreden gegen den Zweiterwerber. Beginnen wir mit den forderungsbezogenen Einwendungen. Unser Forderungsschuldner hat die Forderung bereits getickt. Die Forderung ist erloschen. Was könnte beim Zweiterwerber passieren, wenn die Hypothek noch im Grundbuch steht, obwohl die Hypothek in Wahrheit einer Eigentümergrundschuld ist und die Forderung gar nicht mehr existiert? Sie sind vermutlich nicht im Ansatz überrascht. Und das völlig zu Recht, da wir diese Konstellation bereits in einem vorigen Video behandelt haben. Nach den § 1138 Variante 1 und § 892 BGB kann der Zweiterwerber die Hypothek trotz mangelnder Forderung gutgläubig erwerben. Der Zweiterwerber erwirbt eine sogenannte forderungsentkleidete Hypothek. Das kennen Sie, da lächeln Sie milde und wir machen direkt weiter mit den forderungsbezogenen Einreden gegen den Zweiterwerber der Hypothek. Lesen Sie hierfür nochmal den § 1137 BGB zusammen mit dem § 138 BGB und markieren Sie die richtigen Aussagen in der Ihnen angezeigten Frage. Wenn Sie uns über YouTube zusehen, müssen Sie leider auf dieses Feature verzichten, sollten aber dennoch die genannten Paragrafen lesen. Sie haben es sicher schon vermutet und die Lektüre des § 1138 Variante 2 BGB hat Ihnen die notwendige Gewissheit verschafft. Die Einreden, die der Grundstückseigentümer dem Hypothekengläubiger aus der Forderung entgegenhalten darf, können gutgläubig weggeworben werden. Das steigert die Verkehrsfähigkeit der Hypothek und macht den Zweiterwerber ohne positive Kenntnis über diesen Umstand sehr glücklich. Wir haben oben bereits erwähnt, dass die Regelungen über die Forderungsabtretung noch weitere Vorschriften zum Schutz des Schuldners nach der Abtretung kennen. Das waren die Vorschriften der § 406 bis 408 BGB, die es unter anderem erlauben, eine Aufrechnungslage mit dem Zedenten auch gegenüber dem Zessionar zu nutzen und dass Leistungshandlungen des unwissenden Schuldners gegenüber dem Zedenten auch gegenüber dem Zessionar wirken. Betrachten wir nun die Situation im Rechtsverhältnis der Hypothek. Retten auch hier die § 406 bis 408 BGB den Grundstückseigentümer aus diesen misslichen Situationen? Auf den ersten Blick spricht § 413 BGB dafür. § 413 BGB erklärt, dass die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen auch auf die Übertragung anderer Rechte, wie zum Beispiel der Hypothek, entsprechende Anwendung finden. Jedoch ausweislich des Wortlautes nur, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. Was das Gesetz für diese Fälle vorschreibt, das lesen Sie nun bitte in § 1156 BGB und überlegen sich, warum § 1156 BGB so fies zu unserem Grundstückseigentümer ist. Sind Sie soweit? Die Antwort fiel Ihnen vermutlich einfach. Der Ausschluss der § 406 bis 408 in § 1156 BGB steigert die Verkehrsfähigkeit der Hypothek, da der Hypothekengläubiger sich nicht fürchten muss, derartigen Schuldnerschutzmechanismen zum Opfer zu fallen. Beachten Sie wie immer, in welchem Rechtsverhältnis Sie sich bewegen. Für die Forderung gelten die § 406 bis 408 weiterhin. Nur für die Hypothek hat § 1156 BGB Sie ausgeschlossen. Wir nähern uns dem Ende dieses Videos. Doch bevor wir zu den beliebten Kontrollfragen kommen, möchte ich Ihnen drei zusammenfassende Hinweise für diesen Themenkomplex von Einwendungen und Einreden gegen die Hypothek auf den Weg geben. Erstens. Halten Sie Forderungsschuldner und Grundstückseigentümer auseinander. Das ist wichtig, denn der Grundstückseigentümer kann zwar auch Einwendungen und Einreden aus der Forderung, dem Hypothekengläubiger entgegenhalten, doch können diese gutgläubig weggeworben werden und den Zweiterwerber der Hypothek so retten. Dem Forderungsschuldner kann sowas hinsichtlich seiner Einwendungen und Einreden gegen die Forderung nicht passieren. Seien Sie sich also immer bewusst, in welchem Rechtsverhältnis, Forderung oder Hypothek Sie gerade arbeiten. Zweitens. Halten Sie auseinander, woher die Einwendungen und Einreden stammen, die der Grundstückseigentümer gegen den Hypothekengläubiger in Stellung bringt. Diese können aus der Hypothek, dann arbeiten Sie mit den Paragrafen 1156 und 1157 BGB, oder wie Sie gesehen haben, rechtsverhältnisübergreifend aus der Forderung stammen. Dann arbeiten Sie mit den Paragrafen 1137 und 1138 BGB. Drittens. Bedenken Sie beim Zweiterwerber der Hypothek immer die Möglichkeit, dass dieser die Einwendungen und Einreden gegen die Hypothek, und zwar sowohl hypothekenbezogene als auch forderungsbezogene, gutgläubig weggeworben hat. Wie immer folgen noch ein paar Verständnisfragen für diejenigen, die dieses Video über unsere eLearning-Plattform sehen. Nachdem auch die letzte Frage beantwortet wurde, wünsche ich Ihnen wie immer eine erkenntnisreiche Vorlesung und bis zum nächsten Video.